Gelassen steht Alfred Franziskus vor dem Bürgerbus. Gleich wird seine nächste Fahrt von einem Verbrauchermarkt in Edewecht aus durch die Gemeinde beginnen. Er fährt ehrenamtlich, Geld bekommt er dafür nicht. Vor fünf Jahren bin ich in Pension gegangen und möchte weiterhin etwas Sinnvolles tun, erklärt Franziskus. Als er in der NWZ und durch Freunde von dem Bürgerbusprojekt in seiner Gemeinde erfuhr, meldete er sich sofort. Erfahrungen mit dem Fahren von Bussen hat er bereits reichlich. Franziskus war Fahrlehrer bei der Polizei und hat auch neue Busfahrer ausgebildet. Die Fahrt führt uns bis auf die andere Seite des Küstenkanals und wieder zurück Richtung Edewecht. Man bekommt schon Ecken zu Gesicht, die man vorher noch nie gesehen hat, sagt Franziskus.